Nach 50 Jahren der Verbannung stand die dänische Bewegung in Nordschleswig stärker und besser organisiert als jemals zuvor da. Der Versuch, der preußischen Verwaltung den Landesteil zu germanisieren, war fehlgeschlagen. Die dänischen Nordschleswigler hatten gelernt, dem Druck zu widerstehen. Die großen Vereine, Sprachverein, Wählerverein und Schulverein haben dänische Büchereien und Versammlungshäuser errichtet. Sie haben eine Partei mit parlamentarischer Vertretung im Reichstag und im Landtag gegründet und sie bemühten sich um Nachschul- und Heimvolkshochschulaufenthalte für nordschleswigliche Kinder und Jugendliche. Nach der Jahrhundertwende war der nordschleswigliche Kreditverein und die Bodenwehr hinzugekommen. Sie sollten Höfe in dänischem Besitz davor sichern, in Deutsche Hände zu kommen. All das wurde von einem feinmaschigen Netz von Vertrauensleuten aus allen Teilen Nordschleswigs zusammengehalten. Die drei großen Vereine haben nach der Jahrhundertwende angefangen, ein gemeinsames Jahrestreffen zu veranstalten, auf dem über das vergangene Jahr Rechenschaft gegeben wurde und die Richtlinien für die Arbeit des kommenden Jahres festgelegt wurden. Diese Jahrestreffen wurden schnell zu großen Volksversammlungen mit tausenden von Teilnehmern. Das letzte dänische Jahrestreffen in Nordschleswig fand in Hadesleben am 14. Juni 1914 statt. Die Hauptrede hielt der Reichstagsabgeordnete der dänischen Nordschleswiger Hans-Peter Hansen. Die Rede gibt die Stimmung von Selbstbewusstsein, Trotz und Optimismus wieder, die für die dänische Bewegung in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kennzeichnend war. Unter dem standen die gleichzeitig stattfindenden peuschischen Festveranstaltungen auf Düppel gegenüber, die aus Anlass des 50. Jahrestages des Sieges über Dänemarks 1864 stattfanden. Die Stimmung von Dänemarks 1864 Vorumus, dein Ratsfeiger herzudämmendes nösschrivelse fra Danmark, mit meinen Braskerbrämmen, mit frischem Kommerserhalber. Es fällt uns nicht in, dass Nächte dem Rat und Akram hat sich festgestellt, um die Seger, die praktisch vandt vor 30 Jahren. Aber wir finden, dass sie sie auf einen hensynsvollen und wertvollen Mögen haben. Was wir i dag wollen und sagen, ist scharf. Was wir i dag wollen protestieren und protestieren anarchisch im Mögen. Was wir in 1884 haben, dass wir von einem Dansk Volk-Regiment von 1884 haben, dass wir von einem Dansk Volk-Regiment haben. Wir werden jetzt wissen, dass wir die ganze Norden in Tyskland hören können. Die Nord-Sleswiske Bevölkerung haben aldrig fühlt sich von einem Dansk Volk-Regiment. Die Nord-Sleswiske Bevölkerung haben aldrig gesucht unter einem Dansk Volk-Regiment. Die Nord-Sleswiske Bevölkerung haben vor Ort geführt, dass wir von einem Dansk Volk-Regiment haben. Der konnte Preußene mit deres Ankunft sehen von Landstuhl's Feuerkultur, das Sünde Sociale Verhältnis, das betydelte Weltland. Vore Fäder hat kunst geläte sich mit stor, persönlich Freiheit in den danske Zeit. Der kann die Invandrote preußische Bürokraten, denn da, wie da spohre, i vore rönke röcke und vore stive sind, i vore kraftige Wille und vore tue Mond. Ja, statsmachtens angrebe har fremkaldt vores store nationaleforening. Herr von Köln sperrete de offentlige lokale for os. Svaret, fra vores side, har været reisende, men har haft tröds for sanden. Revorant så ville man nybygge for ene, men reise en vold, og tyske kolonister träder sig unnåslet. Svaret var nåslet, hvis kreditverein. I fjord sattes bestræbelsene for at binde vor nedarmen med det frie jordesystemet. Svaret var langeværendens oprett. Sådan har vi gang etter ganggivet vore morsteiner og slappet tæthandet. Og som vor kamp, vi må stormflogen syfre, gå langt tilbage i tiden. Således vil den osse strække sig langt u i framsiden. Vi har livs, sager, kraft til kamp. Vi har været gelöst og været getrømt. Vi har varm og begeistert. Vi har trod for bevolketsdammens framsiden. Og derfor vil vi som svaprovore morsteineres lærmende seilsætter. Svaret var nåslet, du kanst velkrumt eier døgnets kår og seiren siger det skatt, men du fjøren kamp imund tumsner, og den har du været getrømt. Die folgenden Ereignisse der Wildgeschichte har dem Jahrestreffen von 1914 og insbesondere Hans-Peter Hansens Rede en besondere Bedeutung verliehen. 14 Tage danach wurde das österreichisch-hungarische Thronfolgerpaar in Sarajevo ermordet und anderthalb Monate nach dem dænischen Jahrestreffen in Hadesleben brachte er es den Wildkrieg aus. Als Deutschland nach mehr als vier Kriegsjahren 1918 als Verlierer dastand, war die Zeit gekommen, in der die Organisationen der dänischgesinnten Nordstilsviger ihre endgültige Probe bestehen sollten, eine Mehrheit für eine Vereinigung mit Dänemark in die Waagschale zu werfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.